Hi, hier ist Tobi von Language Knowledge und in diesem Video sehen wir uns die Grundzahlen im Lateinischen genauer an. Diese werden auch Kardinalzahlen genannt oder im Lateinischen Cardinalia. Hierfür sehen wir uns zunächst an, welche Grundzahlen es überhaupt gibt und daraufhin sehen wir uns an, wie diese dekliniert werden an einem Beispiel von 1. Unus una unum, 1 bzw. i, duo due duo, 2 bzw. ii, tres tria, 3 bzw. iii, quatuor, 4 bzw. iv, quinqu, 5 bzw. v, 6, 6 bzw. vi, septem, 7 bzw. vii, okto, 8 bzw. viii, novem, 9 bzw. ix, dekem, 10 bzw. x, undikim, 11 bzw. xi, duodikim, 12 bzw. xii, treedikim, 13 bzw. xii. Wie du siehst, ab da laufen sie dann alle regelmäßig. Viginti, 20 bzw. xx, triginta, 30 bzw. xxx, quadraginta, 40 bzw. xl, quinquaginta, 50 bzw. l, sechserginta, 60 bzw. xx, septurginta, 70 bzw. l, xx, octoginta, 80 bzw. l, xx, nunaginta, 90 bzw. xc, kentum, 100 bzw. xx, dukenti, dukente, dukenta, 200 bzw. xc, tricenti, tricenta, 300 bzw. xc, xx, quatringenti, quatringenta, 400 bzw. xd, quingenti, quingenta, 500 bzw. d, xx, sesgenti, sesgenta, 600 bzw. dc, septigenti, septigenta, septigenta, 700 bzw. dcc, octigenti, octigenta, octigenta, 800 bzw. dcc, nongenti, nongenta, nongenta, 900 bzw. c, m, mille, milia, 1000 bzw. m. Doch wie werden diese Zahlen dekliniert? Dies ist recht einfach, denn sie werden genauso gebeugt wie die Adjektive der A- und O-Deklination. Unus, unna, unum, unius, 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 uni, 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 unum, unnam, unum, unno, unna, unno, jedoch natürlich immer nur im Singular. Das ist alles.